Kaum Shop-Video beendet, schon kam die neue Neuigkeit. Wenn ihr die Scar vom Oro-Skin klaut, bekommt ihr den goldenen Lara Croft-Skin. Finde ich sympathisch. Also, geil. So kriegt man den also. Jo. Das ist nämlich die Scar, die liegt auf so einem Podest, die könnt ihr einfach mitnehmen und dann kriegt ihr die. Jo. Also, so kriegt man den neuen Lara Croft, indem man einfach die Scar von dem NPC stibitzt. Und, das machen wir jetzt in-game. Ah, natürlich Lara Croft dafür auswählen. Nein, dann stibitzen wir uns die Scar. Achso. Da lasse ich mich hier nicht spüten. Ich hole mir die Scar. Hier, Lara Croft. Ja, los geht's. Ich habe jetzt meine Scar. Die gehört rechtlich jetzt mir. So, Gott, eine Picke auswählen. Jetzt ist die geilste Combo, aber egal. Wir haben jetzt jetzt die goldenen Scar. Ja, from MPC. Gerade ist mein Shop-Video fertig geworden, also... Was gibt's besseres, als danach direkt schon das nächste Zeug zu machen? Also... Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Los geht's. Hoffentlich brauchen wir dafür kein bestimmtes Level. Egal, ich habe jetzt eine Lara Croft, ey. Mir ist auch egal, also... Die gehört jetzt zu mir und da hat der weibliche Auro-Ori-Ori-Skin nichts dran zu rütteln. Weil das ist jetzt einfach meine. Ja. Das ist gar gehört rechtlich mir. Oh, oh. Direkt raus. Schaffe ich nicht mehr. Das sind alle schon unten. Ja, Gott. Mann, ich würde das unbedingt im Video zeigen. Ja, Gott. Ich glaube... Von denen, die ich sehe, bin ich der... Der am tiefsten ist und als erstes gelandet. Aber ich weiß nicht. Ich... Ich würde mich jetzt sputen. Runterspringen. Rein in den Tempel. Scar nehmen. Flüchten! Ah! Ich habe die Scar vom... Auro... Ich will sie mir mal angucken hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe sie. Die heilige... Heilige, goldene... Aurum... Dingsgar... Dinge. Nicht robben. Mitnehmen. Meine. Ähm... Ansehen. Ja, nice. Ich bin jetzt... So, das ist jetzt meine Scar und... Jetzt kriege ich mal ein goldenen Levercroft. Hoffe ich. Oh, oh. Nicht nachladen. Ah. Oh, Gott. Nice. Oh. Was ist denn hier los? Ich kann Sandburgen klauen. Ich gebe die Sandburgen. Yay. Sandburgen geklaut. Selbst geklappt hat er so. Ich hoffe mal. Das ist aber schon fresh aus. Ich stehe dem eigentlich wieder zurückgeben. Ich möchte es mal ausprobieren. Wenn ich den NPC hier wieder oben drauf lege und dann ist er wieder ruhig. Ich weiß nicht, dass er nicht so lange dort noch andere Gegner sind. Ich bin wieder glücklich. Ich bin wieder glücklich. Ähm... Ich habe die Scar, ne? Also... Das ist meine Scar, also. Kriegst du auch nichts. Okay. Okay. Er war aggressiv. Mittlerweile ist er eher freundlich. Cool. Also... Möchtest du die wieder? Mal. Möchtest du die wieder? Nee, kriegst du auch nicht. Hab ich ihn überhaupt hergenommen? Ach egal. Können wir da nichts anhängen? Ja, kann man. Ja komm, erledige mich mal. Ich möchte gucken, ob ich den jetzt geben bekomme. Oh oh. Keine Munition mehr. Was mache ich nur? Ich hab zu go. Gut gemacht. Ach, die hat unten eine mythische Waffe dabei. Ja, moin. Und jetzt sollte ich ihn haben. Hab ich aber nicht. Jetzt fühl ich mich verarscht. Wartet. Hab ich doch getan. Aber ihr versteht, wie es gemeint ist. Ihr nehmt euch die Scar, rennt weg und dann habt ihr eigentlich den Skin. Gut, dann war es das mit dem kurzen Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. Es bleibt dann noch alles hinbek. Die Musik. Ich is ein, wir haben, dass wir denn, Und dann ist das fond. Dom.